OONER Urm WENDZ- 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 Es kann nicht wahr sein, es kann nicht wahr sein, warum hat das Ganze mit Wednesday Adams nicht … Äh Leute, ihr seid ja auch schon da … was geht ab leute herzlich willkommen zurück zu einem neuen video auf diesem kanal heute lasst auf jeden fall mein abo da und rockt mal den like button mit 2000 richtig richtig ehrenvoll leute ihr seht es gerade im hintergrund wann hat das ganze mit wednesday er ist endlich ein ende wer von euch hat gestern alles das video angeschaut war einfach mal bei mir in der wohnung nein leute es war nicht merken wednesday er hat sich einfach mal als merken verkleidet ja und ich bin absolut darauf eingefallen ich dachte es ist einfach mal in mexikon ich dachte mir mal wir haben sie in mexikon vergessen aber nein leute sie ist wahrscheinlich irgendwo mit ins flugzeug gekommen und mit uns nach deutschland geflogen das ganze geht schon zwei monate ich würde mal sagen wir müssen erstmal den tanz tanzen oder dann kann sie mich endlich in fliegen lassen sie könnte sehen leute das ganze ist sogar noch auf platz top 10 in deutschland ok leute hier könnt ihr sehen ich würde mal sagen gibt euch mal wer von euch hat die serie überhaupt angeschaut vielleicht können wir irgendeine notiz finden wie sie endlich besiegen können ja ihr könnt im hintergrund sehen wann kommt denn überhaupt die zweite staffel raus ist gar nicht wahr sein aber dafür sind wir nicht da leute ich will mich einfach nur vor menschen ich will mich beschützen ich will dass mir nichts passiert deswegen dachte ich mir noch mal wir stellen noch mal hier in der wohnung die ziemlich klein ist kameras auf und zwar packen wir uns hier unsere tone irgendwo hin und wir schauen noch mal ob wednesday er noch mal hierher kommt vielleicht konnte ja noch mal als merken verkleidet hierher aber diesmal schlagen wir zurück wir sind vorher da wir nehmen nämlich irgendwas hin ich würde mal sagen wir tun so als würden wir schlafen leute ich glaube das ist eine ziemlich geile idee wir tun so als würden wir schlafen ja stellen wir einmal die tonne die wir jetzt erstmal auspacken hier könnt ihr meine tone sehen sie funktioniert noch einfach mal aus mexiko ich würde mal sagen die tonne kommt mit leute die schäme hier und die anderen beiden handys die kann man halt nicht in der hand stellen sie hier aber das ist eine ziemlich geile idee dann schauen wir noch mal ob möglich wednesday er nimmt es kommt und diesmal verstecken wir uns hinter dem vor ja und wenn sie kommt versuchen wir sie einzug anzugreifen und dann schauen wir mal was sie machen vielleicht können wir sie fragen was sie von uns will das will wenn es der jahre ist von uns habt ihr irgendwie ein blassen schimmer schreibt man bitte in die kommentare rein die türen machen wir auf wir rufen erstmal wednesday adams an in facetime würde ich sagen und laden sie zu uns ein da könnt ihr sehen leute wer die nummer von euch jetzt auch an will der schreibt es bitte mal in die kommentare rein und ich würde sagen wir rufen sie mal über ein video call an ich glaube es ist eine sehr sehr gute idee ok leute seid ihr bereit dazu dann würde ich sagen lasst ihr uns mal im whatsapp anrufen und lasst sie uns mal hier einladen zu uns in die wohnung Leute ich schau mal ganz kurz ob es oh mein gott es fehlt schon ich will jetzt nicht die nummer von euch einblenden wednesday rams könnte sie das irgendwie sehen hallo wednesday ich will mit dir frieden ich will dass du zu mir in die wohnung kommst du hast richtig gehört ich will mit dir fliegen ich will absolut mit nichts mehr böses zu tun haben ist das in ordnung für dich sie kann man dann nehmen ist es ist doch sie oder hallo es ist sie leute ok wenn es nicht bitte kommt hier ja hallo es kann nicht wahr sein ok wisst ihr was wir stellen jetzt so schnell wie es geht die kamera auf und was sollen wir dann was von mir überziehen dass nichts passiert wir müssen auf jeden fall das licht ausmachen dann ergänzt ihr das licht das licht wir packen uns wieder die taschen rein, Leute das licht machen wir aus wir warten mal ab ob sie wirklich kommt ich hoffe ihr könnt mich sehen wir verstecken uns jetzt wieder hier komm mit wir versuchen zu unseren wir fühlen uns Mode wir müssen uns wirklich nicht nicht imposs was macht sie da Und sie sucht mich. Und sie sucht mich. Sie sieht, dass ich nicht da bin. Ich bitte, sie setzt sich zum Fernsehen. Was macht sie da? Lass uns mal anschleichen. Sie macht den Fernseher ab. Sie schaut sich. Sie schaut sich, wenn es der ER ist an. Das kann nicht wahr sein. Leute, Leute. Sie darf mich nicht sehen. Sie darf mich nicht sehen, Leute. Warte, scheiße, meine Kombis. Leute, das geht so nicht. Gebt euch mal. Sie schaut sich wirklich Wednesday Adams alleine bei mir an. Sie ist wie paralysiert. Was sollen wir jetzt machen? Sie kann mich gar nicht sehen. Sie ist nur auf dem Fernseher konfokussiert. Gebt euch mal. Sie macht gar nichts. Es kann nicht wahr sein. Schreibt mir in die Kommentare, was wir machen sollen. Ich hoffe, sie hat mich nicht erkannt. Sie hat irgendwie zu uns geblickt. Konntet ihr sehen? Mein Gott, was soll ich mir machen? Wir müssen das Haus verlassen. Mir fällt kein Plan an, wie wir sie attacken. Bis liegen können. Schalt's da bitte in die Kommis. Der Fernseher. Judge ist 게임. Queste. rells. Weil es noch mal. Breath. 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 Meine Könige, Menschen, meine Jungen, mein Frieden. Hörle! Leute! Ich wurde komplett paralysiert von Wednesday. Das kann nicht wahr sein. Was ist passiert? Schreibt es mal bitte in die Kommentare rein. Sie war da und hat mir sie hat mich schon wieder angegriffen. Oh Gott, das kann nicht wahr sein. Leute, was sollen wir machen? Sie noch mal mit der Thron überwachen? Sie hat das ganze Ding hier zerstört. Okay, warte, wisst ihr was? Wir beenden das Video. Am Ende sei natürlich gesagt, es wird einer gegrüßt. Der Kommentar wird jetzt hier eingeblendet. Für alle anderen, wir sehen uns in zwei Tagen wieder. Ich weiß nicht, wie wir es beenden sollen. die drei 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 zwei ein Vielen Dank.